Hi, Luca hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich hoffe ihr hattet alle einen guten Rutsch in dieses neue Jahr ja, ich bin auch gut gerutscht, schlecht erhüllt sich, ich weiß und ja, da sich es viele gewünscht haben, hier das alte Intro Das Intro kommt jetzt immer wieder in Videos vor, es wurde sich gewünscht und wir gehen gleich auf mehr Spieler, dann auf den Hypixel Server und dann, ich bin immer Mörder, ich hoffe ich werde auch mal Mörder oder Detektiv wenn nicht, wäre blöd, aber es ist nichts zu ändern und ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß mit diesem Video und lasst ein Like da unten und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen Wundert euch nicht, warum ich NoSkin bin Ich bin ja auch ein schlechter Spieler Ich spiele nämlich normalerweise immer auf der Playstation Da baue ich auch die Stadt Deshalb bin ich nicht gut, also wundert euch bitte nicht und ich hoffe trotzdem, dass ich jetzt Mörder werde und alle killen darf Erstmal machen wir ein bisschen klassisch und dann, wenn ich nicht Mörder werde, machen wir Double Tap Wer ist denn der Mörder? Du bist der Mörder Wer ist doch nicht der Mörder Hau auf mich zu schießen Ich bin tot Und da sind wir Ich habe ein Schwert und ich bin Mörder und darf Leute umbringen Und ja, was ich sagen wollte Eigentlich wollte ich es gerade nicht sagen, aber Ich habe die ganze Zeit jetzt gerade geredet und ich habe keine Ahnung, seit wann ich geredet habe und nicht gemerkt, dass mein Mikrofon aus ist Oh fuck Das war richtig scheiße Das ist das erste Mal, dass ich Mörder bin Also nicht Mördern Aber Ja Was wollte ich sagen Ich bin jetzt ein Double Tap Ich habe wieder Double Tap gesagt Es heißt nicht Double Tap Egal Ich nenne es jetzt einfach Double Tap Zwei Impostor Zwei Mörder Und Oh fuck, bin ich schlecht Oh fuck, bin ich schlecht Jetzt schreibt er in den Chat Alter, warum lauft ich so Hör auf Oh fuck Jawohl Alles gut Ähm, ja Zwei Mörder Zwei Nehmen wir das Detektive Oh fuck, ich bin echt tot Hilfe, ich will absteigen Hilfe Wo muss ich drauf gucken Ich bin gefangen Über eine eigene Dome halt Hui Ist ja eine tolle Runde Ja, wie gesagt Ich bin schlecht Hui Oh man, muss einfach nur da drauf gucken Ich habe es geschafft Ich bin frei Yay Boah, ich bin auch dumm Das Mikrofon ausschalte Ups Egal, den tötet Nein Ich will raus Guck mal, mein Zwilling-Schwester Hallo Scheiße Och Vielleicht sollte ich hier weggehen Wie wirft man sein Schwert Ah, guck Hä, läuft doch Oh Habe ich gewonnen Ich glaube so schlecht War noch niemand Wie ich Noch niemand Naja War eine super Runde Ich bin zufrieden Meine Reisung Ihr braucht mir gar nicht zu sagen Wie schlecht das war Naja Das war es mit dem ersten Video in diesem Jahr Ich weiß, es war ein bisschen kurz Aber falls ihr nur mal sowas sehen wollt Lasst ein Like da Um zu zeigen, dass ihr Bock darauf habt Dann kommt bis nächstes mal ein längeres Video Vielleicht auch was anderes mal in Minecraft Und ja Falls es euch nicht so interessiert hat Dann schaut bei den nächsten Videos vorbei Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen Die euch vielleicht interessieren könnten Ciao Ciao